Du spielst nur als eine Familie von 8 Kindern. Wenn wir hier nicht rauskommen, wird es komplett verletzt. Das ist eine Beteiligung! Weil du nicht weißt! Wie sind die Sonntage im Gefängnis? Kannst du Weihnachten im Gefängnis beschreiben? Wie kocht man im Gefängnis? Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen für Ihren Besuch heute Abend. Herzlich willkommen zu diesem besonderen Abend, den wir gemeinsam teilen dürfen. Ich hoffe, meine Damen und Herren, Ihnen ist bewusst, dass Ihr Besuch heute Abend Ihr Leben verändern kann. Wie kommst du mit der Zeit im Gefängnis nach? Ich wäre gern ein Adler, dann könnte ich jederzeit wegfliegen. Wie kocht man im Gefängnis? Wie sieht deine Zelle aus? Wem traust du denn der Gefängnis? Ich wollte eher, weil ich bin Täter geworden. Und ganz tief in mir drin, weiß ich, dass ich nie wieder Täter sein werde. In 16 Jahren kam ich zum Gefängnis. Aber der Gedanke, irgendetwas zu ändern, kam nicht. Nein! Es ging gerade erst richtig los. Ich kam nach ein Jahr raus, hatte nur was anderes als eine Duldung als Ausweis, durfte weder arbeiten noch eine Ausbildung machen und bekam 180 Euro Sozialhilfe. Ich dachte nur, fickt euch alle. Ich bin nicht dich selbst, sondern neige dazu, allen möglichen Einflüssen zu erliegen und eine Rolle zu spielen, die euch so passen möchte, aber nichts mit mir zu tun hat. Ich bitte alle Menschen die Erde, bitte alle Menschen zusammenhalten. Leben ist das schönste, was in dieser Welt gibt. Ein Tag mehr Leben ist das schönste, was einem Menschenleben gibt. Ich sitze in meiner Zelle, blicke gegen die Mauer und sehe Flugzeuge in den Himmel abheben. Sie fliegen einfach davon und nach einigen Sekunden sind sie außer Sicht weiter. Ich hoffe unentwegt, dass ich eines Tages mit einem dieser Flieger dieses Land verlassen kann, so wie ich gekommen bin. Would you like yourself to say something like that?! Tschüss! нич� Kingdom Would you like it to be a fire? would like to have a fire? No It 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 You I Or It You What I